Na, na ihr? Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier Essen. Hab ich kein Fleisch mehr? Oh Gott, doch. Du brichst mal den Apfel. Einfach nur, damit du auch glücklicher wirst. TP um 10? Oh, cool. Oh, cool. Ekeliges Kraut, das wie Unkraut aussieht. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendjemandem das eklige Kraut geben soll. Will ich eigentlich nicht. Ich mach heute wohl bis 21 Uhr. Vollständig gefüllt, vollständig gefüllt. Bindung erhöht. Ah, jetzt ist er wieder glücklich. Oh Gott sei Dank. Was wir jetzt nochmal machen. In den Partner gucken. In die Geschichte. Toi-Argomon. Wizardmon. Ja, TV weiß ich einfach nicht, was das ist. TP und MP sind hier scheinbar egal. Gardromon. Grollmon. Ja, weiß nicht. Solamon. Für Meramon brauchen wir Geschwindigkeit 250. Könnte man eigentlich machen, weil Meramon ist irgendwie cool. Ansonsten haben wir auch nicht mehr. Dann gehen wir mal 250. 250. Und du gehst auf Stärke. Yay, Bonus. Boah, 250 Geschwindigkeit ist aber noch ein langer Weg. Wenn ich das mal so sagen darf. 250? Boah. Ist noch ein verdammt langer Weg. Gleich nochmal. Boah, daneben. So, Geschwindigkeit und Stärke. Gut. Ich bin K.O. Ja, ich weiß. Wir gehen jetzt auch schlafen. Wir machen jetzt ein bisschen Ausruhen. Vielleicht schlafen wir auch gleich. TV meint, wie viele mal vor den Pernseer setzt. Ja, das könnte natürlich eher weniger sein. So, wie sieht's aus? Wir machen noch einmal. Einmal Schlupfer machen wir noch. Also, ich kann das Spiel auf jeden Fall wirklich nur empfehlen. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht haben. Ich kann's nur empfehlen. Es ist, äh, lustig. Es macht Spaß. Und es erinnert so an alte Zeiten. Dir gebe ich wieder Geschwindigkeit. Du bekommst nochmal TP. Ich glaube, das ist ein Bonus. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. So. Das mache ich jetzt noch so lange, bis sie auf Toilette müssen. Äh, ich spiele auf der Playstation 4. Also, es gibt auch nur... Also, das Digimon hier ist nur für die Playstation 4 rausgekommen. Training beginnen. Mann. So, weiter schön Geschwindigkeit für unser... Naja, Solarmond. Ich hätte nämlich doch irgendwie gerne einen Meramond für ihn. Wollt ihr was essen? Items? Komm, könnt ihr beide eigentlich mal haben, wa? Vollständig gefüllt. Ein wenig. Denn kriegst du noch ein Digi-Sprössling, damit du wann... Äh, nö. Yay, Solarmond ist wieder glücklich. Na, Gott sei Dank. Haben wir hinbekommen. Sie scheinen mit dem neuen Training gewonnene Stärke zufrieden zu sein. Na klar, lohne ich euch. Was eigentlich, wenn man sie da ausschimpft? Die müssen doch total scheiße sich dann fühlen. Gwollmon will auch TV. Strange TV, Sieg. Also man muss hier wirklich sehr viel auf die Digimon achten. Das ist schon ein bisschen... Ein bisschen mehr Gekuke. So, Meramond. Da wissen wir... Ja, gut. Da wissen wir nicht so wirklich viel. Redvejimon. Siegel will da auch irgendwie... Und ja. Ich will aber keinen Redvejimon haben. Ja, das ist noch interessant. Was die... Was habt ihr so an Starter-Digimons genommen? Das ist sowieso Nacht. Machen wir noch ein Training, komm. Kann ich lassen. Ich muss trainieren. Let's get started. Hm. Komm, beide nochmal hier. Yay. Noch ein bisschen Stärke dazu bekommen. Agumon und Gilmon? Wenigstens halt wisst ihr, was diese Baby-Digimons alle waren. Ich weiß gar nicht, welche die alle waren. Die kannte ich alle gar nicht. Was wir jetzt mal machen, ist glaube ich schlafen gehen, oder? Was war dieses Fragezeichen eigentlich? Heißt das hier ist irgendwas, oder so? Irgendwie bin ich verwirrt. Von dem Fragezeichen. Was? Ein schwarzes Agumon? Es gibt hier auch schwarze Agumons? Schlafen. Achso, ihr seid noch nicht müde. Alles klar. Na gut. Wenn ihr noch nicht müde seid, dann trainieren wir euch jetzt erstmal müde. Das ist erstmal wichtig, dass wir euch dann jetzt erstmal müde trainieren. Geht wieder auf Geschwindigkeit. Ah, fast. Jetzt wollt ihr schlafen. Ja, jetzt ist klar, dass ihr jetzt schlafen wollt. Na gut. Wir können ja auch eigentlich... Eigentlich hier schlafen, oder? Schön im Trainingslager schlafen. Schön. Gute Nacht. Ich will auch ein schwarzes Agumon haben. So, die Laune ist wieder gut. Ich hab im Schlaf gekackt. Warum? Ausschürzen. Oh, der hat da hingekackt. Das gibt's ja gar nicht. Der hat in den Trainingsraum gekackt. Der Pferde... Alter. Sieht man's? Nee. Alter, in den Trainingsraum kacken. Das ist... Das ist bitter. Du bekommst mal das Fleisch. Weil das macht dich immer so schön glücklich. Und du bekommst die Nüsse. So, meine Güte. Äh, hier die... Die Dinger. Hat weniger Hunger, Gewicht verloren. Komm, ne schnelle Nuss. Ich weiß nicht genau. Ich denke mal, das gibt Geschwindigkeit dazu. Achso. Aha. Gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall vollständig gefüllt. Oh, ich bin froh, dass die Haufen nicht bleiben. Oh Gott, das war immer so furchtbar, dass die Haufen irgendwann einfach überall rumliegen und du dann mit einem Neemon rumlaufen musst, damit die ganze Scheiße wegkommt. Das war immer sehr eigenartig gewesen. Dank, Palmon, können wir jeden Tag noch mehr Fleisch anbauen. Bitteschön, hier deine Fleisch für heute. Acht Stück. Cool. So. Dann ziehen wir mal weiter. Jetzt können wir, glaube ich, weiterziehen. Unsere Digimons sind voll da. Sind voll geheilt. Uns geht's gut. Gibt's hier was? Nein. Da hätten ist auch kein Sprössling zu sehen. Dann wollen wir jetzt mal richtig, richtig loslegen. Schade, ich dachte da irgendwie, es gibt eine Kurztaste für. Gibt es jemand wo? Achso, ja, klar. Dickiesprössling. Materialien ignoriere ich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier unbedingt immer brauchen. Wir müssen irgendwie in den Wald. Wo ist denn der Wald? Zum Waldweg. Ah, da müssen wir einfach nur darüber, alles klar. Ja, Nunemon hat das gegessen. Aber trotzdem werden da überall, ich will ja auch kein Nunemon haben. Nunemon war nur gut gewesen für Monster Emon oder wie das hieß. Nur dafür war Nunemon gut gewesen. So, dann gucken wir mal in den Wald. Da sollen ja, glaube ich, auch noch ein paar Digimons auf uns lauern. Oder warten oder wie auch immer. Da ist ein böses Palmon, dass ich nicht weiß, wie es heißt, Palmon. Aruramon. Da vorne sind noch... Kämpfen wir mal gegen Aruramon. Ja, du hast was gefunden. Ich auch. Hilfe, mein Digimon. Zuckamon hat es auch gegessen? Wirklich? So. Attacke. Bam, in your face. In your face. In your... Ich weiß nicht, ich habe... Brenn. Und nochmal, Attacke. Attacke. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt hier irgendwas richtig mache. Hey, in der Heilungsdisk. Sehr schön. Zehnmal EP. Yay, gut gemacht. Ich habe was gefunden. Ja, ihr habt aber erst mal gut gekämpft. Kann ich euch nicht loben dafür? Oh, ein Pilz. Oh, ist das ein Unglückspilz? Grüner Digi. Ach, schade. Ich dachte, ein Unglückspilz. Schade. Wir brauchen ja noch zwei Unglückspilze für unsere Tagesaufgabe. Da vorne ist ein Nuneemon, aber das Nuneemon... Ihr wollt schon wieder kacken. Was ist denn los mit euch? Ihr seid ständig nur am kacken. Ja, aber hat Sugamon das auch gegessen? Ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind ja auf dem Weg zum Klo. Oh ja, ich habe auch anfangs nur Nuneemon bekommen. Und danach ging es dann los mit nur Centauromon. Dann kam erst mal nur Tyrannomon und nie ein Ultradigimon. Bis auf einmal Vardemon durch irgendeinen doofen Zufall. Ich weiß nicht. Yay, Freude. Ich weiß nicht, warum ich einen Vardemon bekommen habe als mein erstes Ultradigimon. Aber das war auch echt schwer gewesen, das Spiel. Muss ich sagen. Also das alte Digimon World hier, das war echt schwer. So, kommen wir an den vorbei, ohne dass der kämpfen will. Nein, kommen wir nicht. Nur weil ihr auf Toilette musstet. Mann. Attacke. Brenn es ab. Yeah, brenn. Und jetzt Abstand halten. Und jetzt der Nächste. Ja, den prügeln wir richtig zusammen. Oh, der ist vergiftet. Brennt. Was wir mal machen könnten ist. Für ihn mal eine Heilungsdisk, wa? Einfach mal nicht, dass er gleich wieder auseinanderfällt. In your face. Nee, Greymon habe ich nie geschafft. Greymon habe ich... Greymon habe ich nie geschafft. Der ging nie. Ich weiß auch nicht. Hat Angriffsfähigkeit Giftpulver erlernt? Loben. Natürlich loben. Das habt ihr doch super gemacht, ihr zwei. Greymon, Geschwindigkeit. Wizardmon, Disziplin. Birdramon, aus. Und Meramon, Schlüsseldigi. Schlüsseldigi. Okay, weil ich ja Meramon irgendwie haben will. Und wir Greymon haben wollen. Okay. Was braucht der an TP? 14.400? Alter. 14.400? Wo soll ich denn 14... Alter, wo soll ich denn 14.400 herbekommen? Alter, ist das übertrieben. Hahaha. Stärke 1240? Was? So, Geschwindigkeit haben wir ja. Und Schlüsseldigi. Ich weiß nicht, was Schlüsseldigi heißt. So, weh, ihr müsst jetzt wieder kacken. Dann gibt es Ärger. Ja, wir haben alle was gefunden. Wir sind alle sehr stolz da drauf. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wann die mal digitieren werden. So, aber jetzt wollen wir erstmal mit Nunemon reden. Der will bestimmt Kacke von uns haben. Ist nur der eine? Den einen kriegen wir. Den kriegen wir. Dann können wir in Ruhe Nunemon und Holz abbauen oder so. So, Feuerattacke. Ja, in deinem Gesicht. Ja, in deinem Gesicht. Und nochmal. Komm schon. Den kriegen wir tot. Bamm. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Alter, 12.000. Holz, na klar. Sammeln wir mal ein. Holz kann man bestimmt immer gebrauchen. Kutsch. So, nun Neemon. Achso, die Pilze können wir da hinten auch nochmal mitnehmen. Ich weiß nicht, was an grünen Sprösslingen anders ist. Hey, nun Neemon. Mann, ich hab nur einen Hunger. Was soll ich sagen? Ich schlemme nun mal gerne. Das ist wirklich ein bedeutender Moment. Weißt du, ich brauch fünf grüne Diggi-Sprösslinge. Äh. Ich hab keine. Wo, 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 wo. Essen. Entschuldigung. Ich hab noch... Okay, wir brauchen... Wir brauchen fünf grüne Diggi-Sprösslinge. Die Diggi-Mail sagt bestimmt, ja, ich hab Hunger. Ich glaube, wir haben vier oder so, ne? Ja, wir haben vier. Gut, kampftechnisch geht's euch noch gut. Dann gehen wir jetzt den da hinten fertig machen. Stirb. Nice and calm. Go. Ja, das sollst du eigentlich nicht machen. Eigentlich sollte das sein. Da geht's. Sehr gut. Brenn. So. Du wieder? Alles klar. Oh, du darfst nicht. Okay. Sehr schön. So, jetzt kommt noch der an. Attack. Bam, weg. Sehr schön. Das Kämpfen ist hier noch ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Ja, wir haben alle was gefunden. Wo ist denn jetzt der Diggi-Spröss? Okay, da ist erstmal so ein Glücksapfel. So ein Lachapfel ist schon mal sehr viel wert. Können wir hier jetzt die Flüssigkeit mitnehmen? Diggi-Sprösschen. Diggi-Sprösschen. Wahnsinn, Diggi-Sprösschen. Ah, da ist er. Nun ne, Mann, guck mal. Ich hoffe, der ist jetzt nicht satt und will kämpfen. Das wäre natürlich ziemlich mies. Ich speichere schnell mal. Ich will nicht, dass er gleich kämpfen will oder so. Ich weiß nicht. Ich hab da kein Vertrauen drin. Ich habe da kein Vertrauen drin. Nicht, dass er jetzt hier uns fertig kämpfen will. Uns töten will. Mann, ich hab so einen Hunger. Was soll ich sagen? Ja, ja, genau. Sollst du kriegen. Du hast fünf grüne Diggi-Sprösschen übergeben. Bo, bo, bo. Essen, scheinen. Ja, 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 ja. Oh. Ich bin so satt. Wenn ich esse, muss ich mich einfach immer voll futtern. Ein voller Bauch sport mich immer an. Ich kämpfe mit dir. Verdammt, warum will er denn jetzt kämpfen? Oh, Mann. Das ist ein Champion, Digimon. Was wir jetzt erstmal machen, ist beiden jetzt eine TP-Disk geben. Okay, das nehmen wir uns recht einfach zu... Okay, das war leicht zu besiegen. Äh, hallo Stumpi. Das war jetzt recht einfach zu besiegen. Ich geb's du. Das war jetzt nicht hart gewesen. Bo, bo, bo. Mann, ich war so satt, dass ich ganz träge wurde. Aber das Kämpfen hat mich entspannt. Ich geh in die Stadt. Also entschuldige mich bitte. Yay, wir haben nur Neemon in der Stadt. Damit wurde ich nicht einmal bewerft. Ich огром dasollaert gigantiamente. Also nichtientos distract mich.